Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind heute mit dem nächsten Interview von 7WarsWild am Start und zwar mit Fritz G. Meinecke. Ich freue mich sehr, wir hatten jetzt schon Sascha und Sabrina und beide waren unfassbar sympathisch. Ich glaube, jeder wird in diesem Interview sympathisch rüberkommen. Sie sind ja auch alle sympathisch, so ist es nicht. Aber beide waren so sehr... Es war irgendwie für mich richtig schön zu sehen, dass die alle was bis jetzt Positives mitnehmen konnten und so richtig euphorisiert auch waren und so nochmal so viele Sachen auch zu schätzen gewusst haben. Ich bin gespannt, wie es bei Fritz aussieht, auch ob er zufrieden mit seiner Leistung ist, weil ich glaube, dass er so ein bisschen zufrieden war vielleicht nur, weil er sich vielleicht mehr erhofft hat, weil er ja sehr, sehr ehrgeizig ist und so wie wir Fritz kennen, ist Platz 3 natürlich für ihn jetzt nicht so das Geilste vom Geilsten gewesen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Let's go. Ja, der größte Unterschied teilnehmertechnisch von Staffel 1 zu Staffel 2 war auf jeden Fall, in der ersten Staffel in Schweden waren halt alles irgendwie Kumpels, die aus dem Outdoor-Bereich kommen und in der zweiten Staffel war es ein kompletter Mix, wirklich von jemandem, der krass viel Erfahrung hat, wie ein Otto mit verschiedensten militärischen Lehrgängen bis zu einem Knossi, der gar keine Erfahrung hat und ein paar Leuten dazwischen. Das war die Besonderheit. Also eine viel buntere Mischung. In Staffel 2 hat sich einiges verändert. Wie hast du... Die Stimme von Dave ist immer so 8 Milliarden Dezibel lauter, als die von dem Interview. Bist du darauf vorbereitet? Klar, also wir sind jetzt hier in einem tropischen Gebiet, irgendwie auf einem Ozean und nicht mehr in Schweden. Das ist komplett was anderes. Safe. Ja, wir haben auch noch Regenzeit, dann Luftfeuchtigkeit, Viehzeug. Groß drauf vorbereitet. Auf die Geschichte habe ich mich nicht, also weil ich war schon ein paar Mal in den Tropen und weiß ungefähr, wie es ist. Klar, man guckt hier und da ein paar Techniken an, wie man jetzt vielleicht Moskitos fernhalten kann und so weiter, aber ich habe generell mich auf das Ganze schon vorbereitet mit verschiedenen Videos, Büchern, aber jetzt nicht ultra speziell in Kleinigkeiten, eher im Gesamten. Eine weitere große Änderung war der Drop-Off, der deutlich extremer geworden ist. Wie war der Tag für dich? Also der Drop-Off-Day ging für mich eigentlich schon einen Abend vorher los, wo wir die Handys abgeben mussten. und ein paar Stunden davor habe ich mich nochmal in mein Hotelzimmer gesetzt und eine Playlist angehört, die ich mir vorbereitet habe, auch für den Hinflug und ein paar Tage davor, die mich so ein bisschen in die Stimmung gebracht haben. Okay, das finde ich interessant. Das ist eine coole Taktik quasi. Nochmal so, in den letzten Minuten, wo alle halt mit Angehörigen auch telefoniert haben, Fritz bestimmt auch irgendwie nochmal mit Freunden, Familie oder so, aber dass er dann gesagt hat, ich will mich schon mal mental in diese Situation bringen und mir eine Playlist anhören. Smart. Mehr so Vikings-Musik. Geil. Die mich da wie eingestimmt haben. Das finde ich cool. Und ja, dann war die Penny-Abgabe und am nächsten Morgen tatsächlich, wir hatten ja auch dann keine Uhr, aber mir war schon klar, dass es recht früh losgeht, habe ich nochmal eine kleine Aufmerksamkeit, Meditationsübungen gemacht, wo ich verschiedenste Sinne aktiviere, im Sinne von schmecken, fühlen, riechen, hören, um mich nochmal voll Fokus darauf zu fokussieren, was jetzt kommt. Und dann ging die Heli-Drop-Off-Action los und die war krank. Das war, also als wir dann da standen, auf dem Rollfeld eingehakt, Knossi nochmal diese Ansage gemacht haben. Ja, 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 wie im Film. Als Knossi nochmal die Ansage gemacht hat, wie wir da eingehakt waren, dann in die Helis, keine Türen drin, es geht hoch, Helis nebeneinander, über die Insel, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Dann zu sehen, wie der erste raus springt, die Helis drumherum kreisen, du realisierst erstmal, es geht los, es war völlig irre. Das muss wirklich wie in einem Film gewesen sein, wie so Mission Impossible-Style, nacheinander oder Fast and Furious, wird einer so nacheinander aufgedroppt, das muss krass gewesen sein. So, bis ich dann an meinem Spot ankam, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch schon drauf eingehen soll, vor mir, und das habe ich ja noch mitbekommen, wurden Knossi, Nova und Otto rausgeschmissen und jedes Mal habe ich natürlich sofort Spots begutachtet. Ah, Palm, dichter Dschungel, wo kann man hin, wie sieht das aus, immer schon Glück gewöhnt hat, gesagt, guck mal, hier, geil. Und dann flogen wir zu dem Spot von Otto, war auch nur noch Otto und ich im Helikopter und wir kommen so an seinen Spot und ich denke mir so, mega, ich sehe schon sechs, sieben Palmen, ich klatsche Otto ab und sage so, geil, sechs, sieben Palmen, mega, kannst du Schilder bauen, Kokosnüsse, dies, das, ne. Und freue mich richtig für den Feier, so ein paar Mal einen groben gesehen, dachte, ja, kann er ja reingehen. Er springt raus mit dem hier rückwärts, mega. Ja, ich alleine drin, wir fliegen und fliegen und ich habe mir gesagt, Inga war ganz schön lange. Stimmt, Fritz war ganz oben, abgekapselt von allen anderen quasi. So eine geile Bucht, fliegen wir wieder dann vorbei, ich denke so, wo setze ich mich aus und dann sagt irgendwie, ich glaube, Max zu mir so, ja, das ist deine Bucht. Und ich gucke in diese, ich gucke in diese Bucht rein, da wollte ich mich verarschen. Ich gucke da rein, das war ein dreckiger, schlammiger, spitz zulaufender Pfeil mit einer einzigen riesig großen Kokosnusspalme, wo ich schon aus dem Helikopter Kokosnuss dran gesehen habe, die so 20 Meter hoch waren, wo ich mir dachte, so, ihr wollt mich doch komplett... Da kommt er nicht ran, ja, ja. Hat er ja gefällt noch, hat er noch gefällt. Nur abfuckt, nur steigklippen, 6, 7 Meter hoch und dann hieß es, komm, raus, raus. Und ich sag, okay, scheiße, raus und let's go. Und dann, ja, ging das Spiel seinen Lauf. Ihr wurdet ausgesetzt, wir als Team machen es uns in der Hacien. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Dave sowas Berührendes sagt wie, okay, krass. Gemütlich und an Tag 3 fängt es an, richtig zu scheppern. Wie hast du das erste dicke Gewitter wahrgenommen? Ja, Tag 3 das erste Tropengewitter. Es hatte davor die Tage immer schon so ein bisschen genieselt, aber das ist okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, es fängt an zu regnen, es wird immer mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück schon ein Schelter aufgebaut, auch mit einem Regendach und so weiter. Und es war aber, glaube ich, so tagsüber und ich hatte so einen ganz kleinen Mini-Erdfelsvorsprung, wo ich dachte, okay, ich halte mich erst mal ein bisschen sicher, habe mich da, das beobachtet, es schüttet wirklich aus Eimern, ich sofort in den Gedanken, jetzt saufen alle ab. Ich habe mich richtig gefreut, richtig hyped und dachte so... Richtig schadenfroh, der Mann. Richtig schadenfroh, Junge. Meine ganzen Sachen, die noch halbwegs trocken waren, unter so Wurzeln verstaut. Bin raus, habe da hier, bin gesprungen, habe geklappt. Stimmt, er ist rumgetanzt, ja, ja. Und dann so in einer halben Stunde, sag ich so... Kann noch mal aufhören. Es schüttet halt jetzt immer noch, dann bin ich da weiter nackt rumspaziert, noch eine Stunde merke ich so, jetzt wird mir kalt. Ja, schwierig, ne? Dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, ja, Mist, ich muss den Kram wieder anziehen, weil ich fange halt übel an zu frieren und es verändert sich nicht. Ja, guess what? Es stunden anderthalb. Dann habe ich mich wieder angezogen, habe mich da hingehockt, habe mich vollregnen lassen und habe dann aber erst mal so realisiert... Habe mich vollregnen lassen, habe mich hingehockt. Ja, das war jetzt noch lustig, aber das kann auch ganz schön mies werden. Also das erste Gewitter war noch so, wo man gesagt hat, yes. Das war noch richtig gut. Okay, das erste Gewitter war für dich noch ziemlich entspannt. Wie ging es dann aber für dich weiter? Weil in den nächsten Tagen hat es ja quasi nonstop ordentlich geknallt. Also ich muss sagen, so ein Gewitter wie da habe ich noch nie erlebt. Und das hat es ja mehrfach aufgebaut. Und die, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber aus meinem Shelter in der ersten und zweiten Nacht habe ich in der Ferne die ganze Zeit Gewitter gesehen. Es hat die ganze Zeit geblitzt, aber es hat nicht geregnet, ich habe nichts gehört. Muss also auf dem Ozean gewesen sein. Und dann, wenn man, keine Ahnung, Tag vier ungefähr kam, halt nur das erste richtige Ding, wo es geknallt hat und es kam immer näher. Und ich weiß noch, dass der Himmel halt immer aufgeblitzt hat. Dann kam der Donner und dann kennt man die Regel, okay, du musst zählen. Habe ich auch kommentiert in die Kamera. Wie weit ist es noch weg? Und dann war es so, ja, fünf, entspannt weit weg. Und plötzlich machte es nicht ein Blitz, sondern so vier. Und wirklich eine Sekunde nach. Wirklich, die Blitze, Blitze und das Gewitter an sich war, an manchen Tagen haben wir auch gesehen, das war wirklich heavy. Ich merkte, mein Brust richtig, mein Brust richtig brustet sich irgendwie ein, mein Oberkörper durch die Vibration. Mir war ja klar, das Donnern ist nicht das Schlimme, wenn ich den Blitz sehe und überlebt habe. Ja, dann kann nichts passieren. Ja, dann lag ich da und dachte mir so, boah, das ist scheiße jetzt gerade. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich glaube, Leute, die das, so ein paar Sachen dazu nicht wissen, mit den Abständen, dass der Donner nicht das Schlimme ist, sondern der Blitz und so weiter, die das in die Reinschätzen können, die scheißen sich gerade richtig ein. Und irgendwo auf dieser Insel werden andere Teilnehmer von mir sitzen und gerade richtig Panik haben. Irgendwie fand ich das aber schon wieder geil. Fritz, so schadenfreudig, Junge. Dumm, ich weiß. Natürlich immer mit der Prämisse, dass keinem was passiert. Aber ja, also das reine Blitz und Donnern habe ich schon irgendwie gefeiert. Fritz hat so ein Big-Dollar-Zeichen schon gesehen bei dem Content, wo jemand sich verletzt vielleicht oder so Panik schiebt. Diese extreme Starkregen führte halt dazu, dass immer alles komplett nass war. Und ich habe mir einen Shelter gebaut, oder mehrere Shelter, das habt ihr ja alles schon gesehen habt wahrscheinlich. Die waren immer so zu 90 bis 95 Prozent dicht. Ich habe die wirklich ein bisschen... Oh, ja, das war eher so 80 Prozent. Also 70 bis 80 Prozent dicht, würde ich sagen, Fritz. Ich will deine Leistung nicht mildern, du brauchst aber auch nicht übertreiben jetzt. ...eine Haus gearbeitet, aber irgendwo kam dann doch mal ein Tropfen durch. Das Problem ist, wenn halt so fünf Tropfen durchkommen und das aber über vier Stunden, dann bist du halt auch nass. So dass, egal wo ich war, nach jedem Gewitter komplett durchgelegt war. Nicht gleich nach fünf Minuten, aber dann irgendwann mittendrin. Und dann kam das Problem, ich war irgendwann nach einer gewissen Zeit angenässt, aber mir wurde kalt, weil ich mich nicht belegt war. Können wir angenässt bitte in den Duden mit aufnehmen? Ich war angenässt. Ich war angenässt. Ich war nicht nass, ich war angenässt erst mal. War erst mal ein bisschen angenässt. Dann habe ich mich dazu entschieden, rauszugehen aus meinem Shelter, mich wirklich vollregnen zu lassen. Das macht auch keinen großen Unterschied, dass ich mich bewege, um wenigstens Körperwärme zu produzieren. Und dann bin ich teilweise durch das Gewitter gegangen, spaziert, ja. Okay, super, dass das Gewitter kein Riesenproblem für dich war. Was war aber in dieser Staffel dein größtes Problem? Das waren zwei Sachen. Das war einmal das Viehzeug. Ich bin gespannt, wie es bei anderen war. Bei Fritz war extrem. Bei Fritz war wirklich extrem mit Viehzeug. Also sowohl von der Menge an Viehzeug, die da war, aber auch durch die Probleme, die sie geschaffen haben, denn dadurch sage ich mal. Es war die ganze Zeit da. Mücken und diese Sandfliegen. Ich habe mich teilweise komplett mit Schlamm eingeschmiert, alles dicht gemacht. Ich habe mir immer meine Unterhose, die wirklich nach Obdachlosen und Bahnhof-Toiletten immer gemacht haben. Oh, das war... Oh nein. Oh nein, Fritz. Oh nein, er hat es beschrieben. Ich habe mich einfach immer nur noch stechen lassen oder halt wieder mit Schlamm eingerieben. Viehzeug war wirklich ein riesen, riesen... Ich konnte Fritz Unterhose gefühlt riechen gerade. ...problem und ich war sieben Tage lang nass. Also es gab, glaube ich, am sechsten Tag einmal einen schönen Tag. Da habe ich alles halbwegs trocken bekommen, bis auf die Schuhe. Die waren immer nass, sieben Tage lang. Ja, vier Stunden später hat es geregnet. Es war alles nass. Also das... Ich war einfach klitschnass. Und so sahen meine Füße, meine Haut, meine Hände, alles aus. Hoffentlich hast du aber nicht nur Probleme gehabt. Was nimmst du Positives aus der zweiten Staffel von Seven vs. Five mit? Das interessiert mich jetzt auch. Das Positive, was ich für mich mitnehme, ist einmal... Vielleicht, ich glaube, Fritz sagt auch, dass er so eine geile Produktion auf die Beine gestellt hat oder mit auf die Beine gestellt hat, so auf seinem Kanal. Ganz klar das Thema Dankbarkeit. Okay, ja. Safe. Für ein Dach über dem Kopf, für eine Wohnung, für einen vollen Kühlschrank. Alles, alles. Für Gesundheit und sowas im Allgemeinen. Für mich persönlich habe ich aber einen Punkt ganz klar mitgenommen und das ist dieses, nicht kaputt zu gehen, sondern immer versuchen durchzubeißen, zu kämpfen, immer einfach nicht aufzugeben. So, und egal wie scheiße die Situation ist, man muss dazu sagen, ich hatte auch ab Tag 5 halt Magen, Darm, ich habe Durchfall und keine Ahnung was, hatte Magenkrempel, stand irgendwie da, völlig verkrampft. Da war so das eine Mal, wo ich wirklich daran dachte, wenn das jetzt über mehrere Tage anhält und das noch schlimmer wird, dann habe ich echt ein Problem. Aber ansonsten ist es einfach diese mentale Kraft zu sagen, ey, 90% passiert hier oben. Ich bin hier sieben Tage lang draußen, ich habe eine fuck verrostete Machete. So, und damit mache ich hier alles. Und damit komme ich einfach sieben Tage durch. Und wenn ich das geschafft habe, klar gibt es Sachen, die krasser sind, ohne Frage, aber dann sind viele Sachen... Aber ist schon geil. Ja, voll, das glaube ich auch. Du hast es schon angesprochen, für dich und Otto gab es in dieser Staffel nur einen Gegenstand, die Machete. Wenn du dir in der Mitte der Woche einen Gegenstand hättest herbei wünschen können, welcher wäre es gewesen? Bei Fritz sage ich Tarp, ich sage Tarp. Ich sage Tarp, weil er hat sich ja eine eigene Hängematte quasi gebaut. I guess er wird Tarp sagen, das hätte ihm geholfen am ehesten. Ja. Feuer bringt nichts, Tarp. Und warum? Zwei Sachen fallen mir ein, das ist entweder Moskitonetz oder Feuerstahl. Ah, okay, krass. Oh, ja, stimmt. Weil sein großes Problem war ja auch, waren die Viecher. Okay, dann Moskitonetz wahrscheinlich. Ja, true. Aus dem Bauhaus würde ich fast sagen Feuerstahl, weil mit dem kann ich noch ein bisschen mehr machen. Ich kann zum einen nasse Kleidung an bewilkten Tagen trocknen. Okay, ja. Und ich kann damit mit alten Moskitonestern Rauch machen oder generell Rauch machen, um dieses Viehzeug zu vertreiben. Somit hätte ich meine beiden Probleme bekämpfen können mit einem kleinen Feuerstahl. Das wäre ein riesen Game. Okay, okay, krass, okay. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung mal wünschen oder ihnen dazu raten? Du musst schon ganz schön bescheuert im Kopf sein, wenn du das freiwillig machst. So, es ist im Nachhinein eine Erfahrung, über die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber in der Situation ist es größtenteils die absolute Hölle. Und du sagst, warum mache ich diesen Scheiß hier? Einfach nur durchziehen, durchhalten, irgendwie durch den Tag kommen, irgendwie die Probleme versuchen zu lösen. Und dann bist du oft in Situationen, du hast die Probleme gelöst, du hast etwas trocken bekommen. Ich habe, du kannst ja reinstellen, noch nicht, aber ausgeholt, Techniken entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass mein Shirt am Körper trocknet. Ich brauche nichts anderes außer, es darf nicht regnen und mein Shirt trocknet. Dann habe ich angefangen, meine Socken zu nehmen und die in mein Hemd zu reiben, um die Feuchtigkeit von meiner Socke in mein Hemd zu transferieren, um dann mit dem Körper das Hemd... Das war wirklich eine super smarte Taktik von Fritz, ganz ehrlich, ehrlich, ehrlich. Das Trocken wieder mit der Socke. Solche Techniken habe ich probiert, um irgendwie was trocken zu kriegen. Dann machst du das über drei, vier Stunden, hast ein Ergebnis, vier Stunden Regen, alles nass. Und dann denkst du auch so, irgendwann Akzeptanz, ja, ich bin nass. Ich stelle mich jetzt darauf ein, sieben Tage lang nass zu sein, sieben Tage lang mich zerstechen zu lassen, sieben Tage lang kein Feuer anzukriegen, weil alles nass ist durch Flutenreden, sieben Tage lang eine Dreiviertel Kokosnuss zu essen und den Scheiß durchzustehen. Hast du in der Woche irgendwann mal ernsthaft daran gedacht, abzubrechen, den Knopf zu drücken und dich abholen zu lassen? Der Gedanke aufzugeben. Es gab zwei Punkte in der ganzen Geschichte. Es war einmal an Tag zwei. Das war aber kein Punkt des Aufgebens, aber es war schon ein Mental Break, wo ich realisiert habe, das, was ich mir im Internet vorher anguckt habe, an den coolen anderen Survival-Videos, wie die sich alles vorbereiten und machen, an ihren Traumständen mit Kokosnusspalmen und Bambus und Fischbär, das ist es hier gerade nicht. Ich bin in einem kompletten Abfack gelandet. Ich bin in einer kompletten Deponie, im Müll, im Schlamm, Urwald gelandet. Das war so eine Realisation an Tag zwei, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie umdenken, aber da war nie der Punkt, dass ich abbreche. Der Gedanke, abbrechen zu müssen, war wirklich an Tag fünf, wo der Magen-Darm-Infekt losging und ich plötzlich nachts aufstehe und Durchfall habe und dachte, okay, scheiße. Ich nochmal nachts, nochmal und das über den ganzen Tag so ging mehrfach und ich dachte, okay, ich kriege nicht raus, woran es liegt und ich muss eine Lösung dafür finden. Wenn ich das nicht hinkriege und das über zwei, drei Tage enthält, dann muss ich raus, weil ich das wahrscheinlich umkippe. Das war der einzige Punkt. Okay, ja, das checkt man. Das checkt man. Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview, herzlichen Glückwunsch zu sieben geschafften Tagen und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Alter, wie anstrengend das ist, einfach so ein kurzes Interview zu führen. Schönes Interview von Fritz aber. Sehr schönes Interview von Fritz und die Überleitungen von Dave waren auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob er sich die Sachen angeguckt hat und meinte, ich muss vielleicht an den Überleitungen arbeiten, aber das war ein sehr, sehr cooles Interview. Ich finde Fritz auch hier sehr, sehr sympathisch gewesen wieder. Und auch cool, dass er sich hingesetzt hat und meinte, ja, ich habe zweimal so grob überlegt, den Knopf zu drücken, so mäßig und nicht gesagt hat, nö, 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 ich hätte noch zehn Tage länger gemacht. Sondern das auch ehrlich da so war, ja, war zweimal echt hart irgendwie. Das fand ich sehr sympathisch. Ich freue mich sehr auf das Interview morgen. Ich weiß nicht, wie wir als nächstes haben. Ich glaube, Joris. Ich glaube, Joris ist morgen dran. Bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr so aktiv am Start seid, Freunde. Ich freue mich sehr auf Arctic Survivor von Otto. Das werden wir als nächstes begleiten, als Survival-Projekt. Hier war mich das auch sehr interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussieht natürlich wie immer, Freunde. Und ciao. Und zwar mit Noah, Swinni.